Hallo und herzlich willkommen meine lieben Leute zu einem weiteren Video. Leute, ihr seht, die Content-Maschine ist am Start, nicht nur auf Twitch. Wird schon über 60 schon, je nachdem wann ihr das Video natürlich schaut. Also ich nehme das Video auf am 20.06. Das Spiel ist jetzt quasi eine Woche draußen. Und heute geht es um das Sticker-Album. Sie nennen es liebevoll das Compendium. Das schaltet ihr frei, wenn ihr dementsprechend in F1 World halt ein bisschen gegrindet habt. Dann kriegt ihr ja immer Auszeichnungen, sag ich mal, und dann könnt ihr das irgendwann freischalten. Und ihr seht, ich habe 129 Sticker und die wollen wir uns jetzt mal alle abholen. Die Werte von Red Bull. Hm, kopieren. Let's go. Geht das jetzt einfach nur weiter? Hallo? Ah, achso, das wurde mehrfach gemacht. Ah, hier, guck mal, die eine Seite von dem Team. Ich bin bei der echten F1 noch ziemlich, ziemlich raus, ne? Was halt immer cool ist. Oh, die Seite habe ich schon mal gesehen. Die linke Seite müsste mit Vettel sein. Aber es ist so ein bisschen wie so ein Panini-Sammel-Album, sag ich mal. Ja, jetzt steht hier unter der Facecam, dass wir ein Duplikat haben. Ähm, ich komme mir ein bisschen vor wie ein kleines Kind. Panini-Sammel-Album zur WM von 98, was weiß ich denn, wo du dann immer fleißig getauscht hast. Du hast dir Sachen gekauft und allem drum und dran und warst halt einfach stolz und glücklich, wenn du halt eben dein Sammel-Album halt eben voll hattest. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch wieder so eine Sache, dass es mit Sicherheit ein Modus oder eine Funktion, die braucht man nicht unbedingt. Ähm, es wird viele Leute da draußen geben, die sagen, ey, Mann, die Bilder ist mir ganz egal. Muss, muss nicht sein. Ich bin anderer Meinung. Warum bin ich anderer Meinung? Du spielst dieses Game und das Game ist wirklich gut. Ähm, klar, es gibt sicherlich den einen oder anderen Fehler, gar keine Frage, sonst wäre es ja auch irgendwie ein bisschen langweilig. Und, ähm, du fährst diese Online-Rennen und kriegst, äh, Belohnung, ne, also kosmetische Sachen, Bitcoins mit allem drum und dran, durch F1 World. Und zusätzlich kriegst du halt noch eben diese Sticker. Und gerade für die, egal ob du älter bist oder ob du jünger bist, ob gehobenes Alter oder kleiner Pups, ich finde, es ist immer noch sehr cool, wenn man halt einfach die Möglichkeit hat, hier mal ein bisschen, äh, zu schauen, was war früher einfach mal, ne? Also, einfach mal so ein paar Bilder zu sehen, weil diese Bilder, die hier eingefügt worden sind, kennt ihr die alle? Also, ich finde, das ist schon eine, eine coole Geschichte tatsächlich. Und, äh, auch aktuelle Fotos hier, man sieht hier Alonso, ne, auch hier, oder ein ganz frühes, ist das nicht sogar noch mit, oh, wie heißt der noch hier, der Ex-Mann von Heidi Klum da? Flavio Briatore, ähm, ich finde, das ist so ein bisschen, so ein bisschen Nostalgie. Ist das schon zu viel des Guten? Also, ich finde es wirklich, wirklich cool. Also, es macht, es macht einfach Spaß, auch ältere Fotos zu sehen, weil man, man will das ja wirklich alles, alles freischalten. Und, wie machst du das? Indem du das Game zockst. Also, es ist schon eine, eine coole, coole Sache. Hier könnte man natürlich auch sagen, wir springen bis zum Ende, aber bei denen, auch gerade, weil es für YouTube ist, wollen wir uns natürlich das alles einmal, einmal anschauen hier. Auch wenn es immer nur so Teilewerte sind. Aber ich wollte euch einfach mal das Spiel näher bringen. Manche denken ja auch wahrscheinlich, hä, warum ist das nicht freigeschaltet? Wie schalte ich das frei? Ja, indem du einfach nur zockst und die Sachen halt eben abholst. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Sachen holt ihr, also nur weil ihr im Spiel oder nach einem Online-Rennen oder sowas eine Auszeichnung gekriegt habt und ihr habt gewisse Sachen freigeschaltet, müsst ihr sie immer noch mal abholen. Das ist ganz wichtig. Und dann könnt ihr halt eben sehen, was ihr hier alles, alles bekommen habt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das eine coole Sache. Also, das ist hier auch Saison-Rubrik Monaco. Ach. Ich, also, ich finde das toll. Das ist so ein bisschen wie im Bilderbuch rumblättern. Das ist eine coole, coole Sache. Oh, es ist einfach, es ist schön. Es ist schön, es ist toll, es macht Spaß. Und, äh, herrlich. Wir sind gleich durch. Eins noch. Weiter. Ja. Siehste, komm mal. Okay. Oh, das ist auch netter. Ja. Guck mal. Siehste, also, wenn das nicht mal nice ist. So, wir können also schon mal gucken bei die Teams. Ich habe hier bei Red Bull anscheinend schon ein bisschen was freigeschaltet. Und, tada. Siehste, guck mal, jetzt kriegen wir hier auch nochmal was. Meine Güte. So, jetzt gehen wir zum nächsten. Sticker platzieren. Aha. Aber die linke Seite fehlt mir. Dieser Sticker kostet 10 entscheidende Erkenntnisse. Möchtest du wirklich fortfahren? Das können wir natürlich jetzt auch verwenden, aber, guck mal, wir haben ja 456. Wir lassen das aber erstmal nochmal frei, weil wir sind ja noch am Anfang. Also, man kann sich das auch durch Erkenntnisse freikaufen, wenn man den Sticker selber noch nicht bekommt. Und jetzt ist natürlich die Frage. Gehörst du zu den Leuten, wenn die ein Panini-Sammel-Album zum Beispiel haben und es fehlen euch bestimmte Aufkleber? Kauft ihr euch die? Oder wie macht ihr das? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wir werden mal schauen, dass wir erstmal noch weitergrinden. Und die Erkenntnisse noch... Ja, wie soll ich sagen? Wir werden sie noch nicht sofort benutzen. Weil es macht ja, glaube ich, jetzt keinen Sinn, alles freizuschalten. Wir sind ja erst am Anfang des Games. Und ich glaube, da können wir noch durch weitere Rennen noch mehr halt eben machen. So, wir haben hier bei Alpin auch noch was. Ach, guck mal, ey. Das ist ja... Man will ja auch wirklich wissen, was ist auf der anderen Seite. Oder vielleicht erkennt ihr das Foto ja sogar auch. Bei McLaren haben wir auch... Oh, guck mal, wie alt das Bild ist, ne? Das ist ja Wahnsinn. Alfa Romeo. Ach, schön, ne? Und auch natürlich fürs Protokoll aus der Schweiz. Also, die haben da auch immer noch mal die Erklärung dazu, ne? Dass man halt eben weiß, was das Bild halt einfach beinhaltet. Wenn man jetzt selber sagt, ich weiß gar nicht, was das ist. Guck mal, das haben wir schon abgeschlossen. Und dadurch kriegen wir halt irgendwie da Streckendaten und sowas. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt. Aber ich finde das wirklich toll. Setup da hat nur wieder 30 XP. Siehste, geht schon wieder weiter. Es ist, äh... Ach. Leute, die haben das echt gut hingekriegt. Sicherlich, ich gebe euch recht. Es... Wenn wir das jetzt nicht gehabt hätten, hätte es mir wahrscheinlich nicht gefehlt. Aber... Ich finde, es ist eine großartige Möglichkeit, an dem Spiel auch dran zu sein. Auch nach einigen Monaten. Weil du willst das ja freischalten. Wer will das nicht freischalten? Guck mal, jetzt haben wir noch die Fahrer. Ach, guck mal. Siehste mal. Ah, schön. Ein zweiter Titel mit Luft nach oben. Aha. Ja. So sieht das aus. Setsche Paris. Ach, guck mal, siehste, da grenzt er doch. Und wieder kriegen wir was dazu. Was haben wir hier noch? Bei unserem Charles. Viele Poles, aber auch Stolperfallen. Auch das ist richtig. Wir haben bei Carlos noch was. Jetzt rückt er die Nase. Und wir kriegen immer noch was dazu. Leute, man hat Bock, das Ding durchzureinten. Hamilton auch am Start. Und auch immer halt, wann ist er geboren? Wo ist er geboren? Staatsangehörigkeit. Laufbahn. Also man lernt auch durch diese Bilder halt eben was. Ich klicke das ja jetzt relativ schnell durch, damit das Video jetzt auch nicht zu lang wird. Aber, ach guck mal, da ist er ja noch. Süß. Süß. Also wirklich. Wirklich nice. Hoch. Nee, nee, guck mal. Guck mal, das hat jetzt, glaube ich, schon 20 gekostet, ne? Wenn ich das... Ah, nee. Sah gerade danach aus. Sicker platzieren, zack. Sicker platzieren, zack. Guck mal, die linke Seite haben wir schon. Oh, von Norris haben wir noch gar nichts. Fabiast, die eins. Ja, ein Jahr an der Seitenlinie. Da war er Ersatzfahrer, ne? Guck mal, das ist ja auch süß. Grandin Joe. Oha, was ist das denn für ein Kfz hier? Seit 2004 jedes Jahr ein Grand Prix ausrichtet, ja. Aber gut, wurde ja auch mehrfach jetzt abgesagt. Ach hier, guck mal. Das, mal ohne Witz, Alonso, ne? Dass der am Start ist. Ist das geil oder ist das geil? Ach guck mal, wie jung er da noch ist, ne? Wie lange er schon... Ich wünsche mir wirklich nochmal, dass Alonso, egal welches Renn nochmal, gewinnt. Dass wir dann halt wirklich die Möglichkeit haben zu sagen, er hat einen Rekord. Die letzte, also die längste Zeit zwischen dem ersten Sieg und dem letzten Sieg. Also, das ist schon cool. Ah, der Magnussen. Der hat mir im F1-Manager auch schon Kopf und Kragen gekostet hier. So, jetzt haben wir hier auch nochmal ein bisschen was. Bei Nico ein bisschen. Also, und immer noch mehr dazu, ne? Guck mal, selbst durchs Freischalten kriegen wir nochmal wieder was. Yuki halt auch ein bisschen. Nick de Vries. Ach, hier auch ein Sunny Boy, ne? Und dann haben wir bei Alexander Albon auch nochmal was. Ach, guck dir das an. Der auch in Kanada abgeliefert hat, in der echten Formel 1. Je nachdem, wann ihr natürlich das Video jetzt schaut. Also, wir reden von dem Kanada Grand Prix 2023. So, das haben wir. Jetzt gucken wir nochmal bei den Strecken. Da haben wir bei Bahrain 1. Oh ja, der Unfall, glaube ich, ne? Wo Jean da, ja, fortwörtlich in der Hölle war. Och, auch schön. Können wir auch schönes Foto, ne? Wenn wir das jetzt, wenn wir das jetzt noch... Oh, nice. Wir können natürlich auch nochmal den Filter anmachen. Dann können wir gleich sehen, was uns fehlt. Das ist vielleicht noch ein bisschen einfacher. Ne, dass wir gar nicht rumklicken müssen. Ah, oh, das ist auch ein legendäres Rennen. Ei, 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 ei. Die Anfänge. Da haben wir ein Stück von Kanada. Auch diese Luftbildaufnahme ist wirklich schön, ne? Österreich nochmal. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Formel 1 ist schon geil. Das macht schon Bock. Schade nur, dass es manche Rennen gibt, die langweilig sind. Wo fast gar nichts passiert. Und bei manchen passiert so viel, dass du gar nicht... Also, da musst du echt gucken, was du da machst. Also, diese Dave-Recap-Videos unbedingt auschecken. Er beschreibt das eigentlich immer relativ gut. Das ist schon immer ein Augenschmaus. Grüße an Dave an der Stelle, an meinem Schatzi. Seht's mal. Hier geht's weiter. Streckenbeschreibung, weiter. Also, wir könnten sich das natürlich auch alles nochmal durchlesen. Das müssen wir nochmal in einer ruhigen Minute machen. Aber ich glaube, das wäre für ein YouTube-Video auf jeden Fall zu viel. So, jetzt haben wir hier alles. Jetzt machen wir auch... Hier haben wir auch nochmal den Filter. Ey, Leute, wie viele Bilder es gibt. Und guck mal, das können die ja auch jederzeit erweitern, ne? Das ist ja das Geile. Also, ich weiß nicht. Habt ihr so dieses Bedürfnis, diese Sachen freizuschalten? Ich meine, klar, wir können uns natürlich auch das meiste jetzt einfach freikaufen, weil wir haben ja Erkenntnisse. Aber wenn du Duplikate hast, kannst du sie ja auch wieder verkaufen. Kriegst dann Ressourcen wieder zurück. Und dann geht das los. Guck mal, da haben wir doch auch schon eins. Und wir kriegen wieder Bonus. Alter, das ist so unglaublich. Das ist Wahnsinn. Gibt es denn unter euch jemanden... Vielleicht könnt ihr das wieder in die Kommentare schreiben. Gibt es von euch jemanden, der schon das ganze Album voll hat? Habt ihr das frei gekauft? Wollt ihr das frei kaufen? Oder wartet ihr, bis ihr komplett durch seid damit? Also, das ist wirklich, wirklich herrlich. Ich denke mal, wir werden nochmal ein zweites Video machen, wenn wir denn alles voll haben. Für YouTube macht es mit Sicherheit Sinn, dass wir jetzt alles freikaufen. Aber ich möchte euch auch irgendwie in diesen Genuss bringen, dass man halt irgendwie alles freischalten möchte, oder? Wie seht ihr das? So ein Ding ist das. Leute, so sieht es aus. Also, wir haben vieles schon fertig. Wir müssen vieles noch machen. Ich freue mich einfach, wie blöd. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video sehen. Oder auch im Twitch TV Livestream mit Inventmaster. Und ja, let's go. Ich freue mich wahnsinnig. Und ja, ich bin auf eure Meinung gespannt. Bis dahin, euer Marcel. Ciao, ciao.